Was geht, Leute? Ich bin schnell unterwegs. Wir sind hier auf der Gamescom. Wie man sieht, hier sind einige Menschen. Sag mal, eine Spinne! Dankeschön! Ja, und wir fragen hier ein paar Influencer auf jeden Fall, was ihr Lieblingstier ist. Ey, was ist euer Lieblingstier? Quatsch! Bruder, meine Schokoladenseite ist hier, glaube ich. Meine Schokoladeseite ist hier. Ich bin hier mit. Luca Faustgills. Luca Faustgills, man kennt ihn, der Rennfahrer. Schnell unterwegs. Süßigkeiten am Start. Süßigkeiten, Candy Peek. Das küsst dein Herz, Bruder, danke. Check die Peek auf jeden Fall ab. Danke, mein Bruder. Bruder, Lieblingstier? Mein Lieblingstier, ganz ehrlich, Bruder. Ganz ehrlich, Bruder. Ganz ehrlich. Schnecke, Bruder. Schnecke, warum? Ich finde die cool, Bruder. Weil du auf Schnecken stehst. So, Bruder. So, was sind Leute, ich bin hier mit? Jesse Tigers. Jesse. Jesse Tigers? Mhm. Was machst du für Content? Äh, ich streame und, also ich zocke. Ich zocke und koche und alles, ja. Also die Frage heute ist, was das Lieblingstier ist und warum? Ich bin eigentlich eine Katzenmutti, aber mein Lieblingsstier ist eigentlich, sind die Hunde. Katzen mag ich gar nicht, Hunde auch nicht. Ich hasse Tiere. Echt jetzt? Ja. Okay. Ja, okay. Okay, was soll ich sagen? Spaß, ich bin Tier-Influencer, also ich liebe Tiere. Okay. Sorry, ich habe vier Katzen und um die, ja, tausend Spinnen würde ich sagen. Dankeschön auf jeden Fall. Willst du noch jemanden grüßen oder irgendwas promoten? Äh, nein. Ja, Leute, was geht ab? Da sind wir wieder schnell unterwegs. Oder wo ist eigentlich Speed? Speed? Wenn du schon so schnell unterwegs bist. Weiß nichts. Ich wollte einfach, dass die Leute nach oben gucken. Eischraum, Miet. Lieblingstier? Fazer. Schwecken, einfach essen sie oder was? Was machst du, wenn ich jetzt zu dir gehe, Bro? Ich sage, ich esse deine Spinne. Sonst ist das Gleiche. Spaß, oder Tiger? Tiger, Bro, Tiger. Tiger, Bro, Tiger, Tiger, Tiger. Tiger oder Löwe? Wer gewinnt im Kampf? Ich würde schon sagen, der Löwe, Bro. Nein. Cap, Tiger gewinnt. Sie ist die größte Raubkatze. Sag ich doch. Ich wollte noch Testung, das weiß noch nicht. Hey, Tiger. Oder Tiger auf die Eins. Mäusi, was ist dein Lieblingstier? Boah, Lieblingstier, ich würde sagen, äh, Panda. Pandas, warum? Weil die chillen, viel essen und viel schlafen. Genau, was ich tue. Wir müssen leider weiter, deshalb... Ich laufe einfach so, okay? Mein Spinnen geht super. Glückwunsch, man kennt ihn. Dankeschön, Leute. Boah, Leute, letztes Jahr auf der Gamescom war das nicht so krass. Dieses Jahr ist richtig krass geworden und ich frage mich nächstes Jahr, wenn wir so weitermachen, wo führt das hin? Security, Mante. Was sind Menschen Tiere? Ähm, an sich ja. Ich denke schon. Ja, aber da ist jetzt die Frage, was ist dein Lieblingstier? Oh, ich mag Wölfe super gerne. Wölfe? Ja. Ich finde die cool charakterlich, weil sie sowohl den guten als auch alleine gut klarkommen und sind einfach sehr ästhetische Tiere, finde ich. Ja, krass. Und wie viele Beine haben eine Spinne? Ja, acht. Richtig. So Leute, ich bin hier mit Remy und Chris. Was geht, Friends? Willst du auch einen Rehcafé? Natürlich. Perfekt. Der Erdtier, meine Spinne. Kiwi auf der Hand. Der Name Kiwi wegen der ZDF-Moderatorin vom Fernsehgarten. Große gehen raus an Kiwi. Aber was ist dein Lieblingstier? Ich sag dir ehrlich, Affen. Affen? Ich finde die in der Natur, wenn ich die beobachte, keine Ahnung, die beeindrucken mich. Es kommt vielleicht ein bisschen weirer über, aber es ist wirklich so. Ich finde das einfach total inspirierend oder beeindruckend, wie viel Ähnlichkeit die zusammen in den Verhaltensweisen sind. Man sieht das ja auf Ticket manchmal so witzige Videos, wie die auf einmal so anfangen, so die Flaschen aufzuschrauben von den Touristen. Ich denke mir so, what the fuck? Checkt auf jeden Fall Remy und Chris ab, Leute. Wir gehen zum nächsten. Und Kiwi, was ist dein Lieblingstier? Alles klar. Der Bro hier hat ein Foto gemacht und sagt, wie du das? Wer ist dein Lieblingstier? Äh, Konto für den Foto. Sex. Sexuelle Belästigung. Wer ist das? Ist das Cem? Bro, das ist irgendein Effroh. Vielleicht bist du gegen ein Effroh? Das ist Cem für die Kraft. Der hundertprozentig wusste jetzt. Niemand konnte diesen Move außer Kampfsportler. Nee, Bruder. Wir wollten nicht direkt. Komm auf Cengiz. Die Zukunft. So, Leute. Hier ist die Zukunft. Und hier ist die... Vergangen? Oha. Wir sind die Zukunft. Vergangen ein Basto. Wir sind alle die Zukunft. Lieblingstier. Der Wolf. Warum der Wolf? Warum der Wolf? Ich bin nicht gerade. Hast du schon mal einen Wolf im Zoo gesehen? Ja, okay. Wollte ich gleich was sagen? Auuu. Okay, ich habe noch eine Ankündigung. Ich fordere Cengiz den Ring heraus. Oh mein Gott, gerne. Ein Katz. Und Cem auch. Wir müssen mal den in den Arsch strecken. Das ist ein bisschen dafür, dass er mal YouTube euch längere Formate macht. Oder Leute? Seid mal, ich hatte viel Bock drauf. Wir wollen auch lange schöne Formate. Und auf Hammer. Das nervt jetzt schon. Ich gehe. Heide. Was? Mach doch mal jetzt noch die Ende. Das ist geil. Ja das ist ein C. Okay. Der Wetterbericht mit? Wir haben einen Aktiv. Jo, was ist gedacht? Da wollt ihr wollen? Das war ein Schluch. Das war ein Menü 9, ne? Ich nehm mal hier. Ich kann nicht mehr. Hast du schon seine Haare gesehen? Zeig mal seine Haare. Ah ja. Oh nein doch. Die Jungs sind eine Legende. Weil der Anzug. Ich werde dir nur gezwungen in mein Leben, Jock. Zeig mal Trikot. Kennst du noch? Der Ronaldo. Sami ist wirklich der schlechteste FIFA-Spieler. Das muss ich einfach loslegen. Ist er nicht immer ein Gewinn? Sag mal nochmal. Ist er nicht immer ein Gewinn? Ich sehe nur dich aus, Rast. Ich will mal sagen, dass ich den Cem kennengelernt habe. Mit einem FIFA-Match. Ja, wo wir beide verloren haben. Die Mikros sind jetzt erst an. Wir haben verloren. Können Sie das alles nochmal machen? Ah, hi, John, Sami. Hey! Hey! Bommes? Boah, geil. Das stimmt. Zeig mal deine Haare. Boah, haben wir noch nicht gesehen? Ronaldo! Ja? Ich habe FIFA verloren. Ey, das ist eine Legende. Ja. Alles einfach rein. Bist du nicht den Cem kennengelernt habe? Was ist euer Lieblingspiel? Äh, Rumpf. Boah. Katzen. Hund und Katze? Nein, ja, britisch Kurzhaar, wie die heißen. Das ist echt süß, ey. Das ist echt süß, ey. Okay, und jetzt ihr beide? Sami gegen Jordan und Katze gegen Hund. Wer gewinnt? Hund. Hund. Und wer das bessere Tiergeräusch machen kann? Die Katze. Ich weiß nicht. Wir machen noch einen Hund. Wie? 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 Ich weiß gar nicht. Wenn du lachig streamst, dann check auf jeden Fall den aus. Check die auf jeden Fall ab, nicht uns. Ey, von unserem Kanal, Bruder. Check uns auf, ehrlich. Tanzverbot Doppelpiece. Warum hättest du Tanzverbot? Weiß ich nicht. Der Name ist einfach geil. Den siehst du einmal und du merkst sie. Das Schlimme ist nur, ich mag tanzen wirklich. Auch wenn man sich nicht ansieht, aber ich liebe Tanzen. Oh, ich mach halt immer einfach rum. Kann ich dir nachher zeigen? Äh, okay. Katze. Und warum? Würde ich schillig sein, weiß ich nicht. Ich mag Katzen. Ich habe auch vier Katzen. Wissen viele nicht, aber die sind gar nicht. Vier Katzen mit dem ganzen Zeug, was du da hast? Sind die nicht die ganze Zeit so? Nee, man muss die einfach ein bisschen bearbeiten. Da hören die ab. Okay. Weißt du, wie viele Beine eine Spinne hat? Acht Beine. Punkt Nummer zwei. Ich hab einfach jetzt mal beschlossen, du kannst was gewinnen. Okay. So, wie viele Beine hat eine Kuh? Vier. Wie viele Augen haben Menschen? Zwei. Richtig. Bruder, kannst du aus meiner Tasche da rausholen, das ist für dich. Okay, 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 was ist das? Wey, yo. Eine Spider-Chain, Bruder. Tastik, Tastik. Ey, vielen lieben Dank, Bruder. Fresh, fresh. Sehr, sehr sexy. Gerne abchecken, kann man die erhalten? Ja, kann man kaufen. Gerne abchecken, könnt ihr euch holen, sehr, sehr geile Chain. Gefällt mir. Dankeschön. Leute, der zukünftige MMA-Champion Jeng ist. Oder mit der Brille bist du schneller, ne? Weißt du? Ja, ja, ist gut. Zeig den Leuten mal bitte einmal, dass das wirklich funktioniert. Nein. Warum? Bist du schüchtern oder was? Ja. Leute, schreibt mal in die Kommentare, dass er nicht so schüchtern sein soll. Au. Guck mal, diese Reflexe, Kampfsportler. Reflexe sind da. Leute, in die Kommentare einmal sagen, Jeng ist nicht so schüchtern. Aber das Glück ist doch zu mir. Lola, krieg bitte ein Autogramm? Ja. Gerne. Aber bitte macht das Geld nicht kaputt. Ich hab das geliebt und ich das... Bestätigen. Das machen wir nicht. Leute, ich hab gesagt, derjenige, der so C-Drachentechnik macht, kriegt eine Spinnkette geschenkt. Der Bruder hier hat das gerade gesehen, dass er hier das gemacht hat. Ja, stark. Aber du bist hartnäckig. King. Kann ich mit die Funde machen? Ey, Leute. Einfach nur, einfach nur mal einen Huck. Wenn Jeng Free Huck sieht, der kann sich nicht zurückhalten. Der kann nicht widerstehen. Jawoll. Das ist es. Mein Mann. Soll es doch wer? Die Chaya da hinten oder was auch immer das sein soll? Die Chaya da hinten. Dann ist es die Sana. Die Chaya da hinten will auch Free Huck. Die Chaya da hinten. Die Chaya hat auch schon gemacht. Liebe in meinem Mann. Halte Liebe in meinem Kopf. Denk an dich bevor ich schlafe. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall am Essen. Und danach geht's zur Experience-Party. Darauf freue ich mich sehr. Wir gehen weg mit einen Kaffee. Und ein bisschen Nudeln. Mit Grünzeug. So Leute, um das Essen zu verdauen, macht man nach dem Essen natürlich ein bisschen Sport. Junge Mann, das ist ja ganz schön, was ihr hier macht mit dem Zirkus. Aber lassen Sie das bitte sein hier, okay? Ja. Okay.